Hallo bei den Spielzeugtestern! Wir zeigen euch heute die Fashion-Boutique! Genau, und ich verschwinde hinter der Kamera und dafür übernimmt Johanna mein Part. Werbung! Hallo, boah, haben Sie tolle Sachen! Okay, kommt ihr mit? Dann gucken wir einmal, was es so toll ist, hier in der Fashion-Boutique gibt. Ich führe sie herum, also auch hier können sie sich umziehen. Das sieht ja auch toll aus da. Haben Sie das zusammengestellt? Ja. Und die Schuhe sind toll, aber ich glaube, ich habe nicht genug Geld mit. Ich kann auch mit einer Kreditkarte zahlen. Kann ich? Ja. So, und haben Sie die Hose, die Sie anhaben, darf ich die mal genauer sehen? Oh, ich sehe sie schon. Darf ich sie mir rausnehmen? Ja. Wow, die ist toll und ein ganz toller Stoff. Und was würden Sie mir da für ein Shirt zu empfehlen? Ein buntes. Darf ich das mal anprobieren? Ja, klar. Wow, was für ein toller Laden. Sie sieht voll schick an Ihnen aus. Ich glaube, die nehme ich auf jeden Fall. Ja. Die Hose sieht richtig gut aus. Ich hole schon mal meine Kreditkarte raus. 12 Euro. 12 Euro? Das ist ja aber ein wahres Schnäppchen. Okay, bitteschön. Danke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen nochmal, okay? Dann komme ich mit meiner Freundin nochmal. Tschüss. 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 Und da sind vor allen Dingen über 75 Teile mit dabei. Und jetzt zeigen wir euch nochmal, wie man die tolle Fashion-Boutique ganz einfach zusammenklappen kann, so dass sie in jedes Kinderzimmer passt. Als erstes mache ich die Klappe hierzu. Jetzt mache ich das so. Und jetzt mache ich das unten drüber drinnen. Wir haben Ende. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr zwei weitere Videos anschauen.